Das Thema wollen wir vertiefen mit Wolfgang Katzmarek, er ist der Vorsitzende der SPD in Mannheim. Schön, dass Sie bei uns sind. Was macht es denn für Menschen wie Nicole Rieker denn so schwer, wieder auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen? Die Frage ist, welche Ansprüche man an die Stelle haben wird. Der Arbeitsmarkt verändert sich radikal, das muss man sagen, in den letzten zehn, 15 Jahren. Wir haben zwei große Entwicklungen. Das eine ist einmal die Frage der prekären Beschäftigung, befristete Arbeitsverhältnisse, Zunahme an Leiharbeit, Niedriglohnbereich und das zweite ist im Prinzip technologische Entwicklung. Heute sagt man Digitalisierung, die gibt es schon immer und die Arbeitsplätze in der Industrie wie auch im Handwerk werden immer anspruchsvoller. Das macht das Thema mit der Qualifikation so wichtig für solche Leute. Es gibt ja gerade die angestoßene Diskussion, eben haben wir auch ein Beispiel gehört, dieses soziale Grundeinkommen. Wie stehen Sie denn zu den aktuellen Debatten beziehungsweise was wäre denn Ihre persönliche Wunschvorstellung? Also ich würde mir wünschen, dass wir einen wie auch immer gearteten gemeinnützigen Arbeitsmarkt entwickeln könnten. Menschen wie die Dame zum Beispiel, die tatsächlich arbeiten und für mich ist das Wort Ein-Euro-Jubber wirklich diskriminieren. Die arbeiten in der Woche 30 Stunden, bekommen dafür 30 Euro, was sie behalten dürfen, was nicht mit Hartz-IV-Regelsätzen verrechnet wird. Die sollten mehr davon haben. Das gilt für Krankenversicherung, das gilt für Rentenversicherung, das gilt natürlich auch für das Einkommen, was nicht dann mit Hartz-IV verrechnet wird. Also wer nur auf der Couch sitzt, der soll weiterhin Hartz-IV bekommen. Das ist okay. Wir sollten auch keinen Arbeitszwang haben, so wie das Herr Müller vorgeschlagen hat. Aber diejenigen, die sich bewegen, die arbeiten, die tatsächlich was tun, die sollten auch entsprechend mehr Anreize dafür bekommen. Und eine Bemerkung vielleicht noch, wir müssen auch akzeptieren, dass wir bei noch so vielen Bildungsmaßnahmen verschiedene Menschen nicht mehr in diesen anfordernden ersten Arbeitsmarkt bekommen werden. Also von daher halte ich einen zweiten sogenannten Arbeitsmarkt, gemeinnütziger Arbeitsmarkt, wie immer man es nennen will, verdrängen. Können Sie sich denn auch vorstellen, dass über diesen gemeinnützigen Arbeitsmarkt, wenn wir ihn so nennen, dann auch die Menschen trotzdem wieder in den ersten? Möglich ist das, möglich ist das. Aber wir sollten die Erwartungen, ich glaube, das sollten wir uns in Deutschland ein ganzes Stück ehrlicher machen, nicht zu hoch hängen. Es gibt eine Menge, Menge Menschen, die aufgrund ihrer Lebensbiografie, ihrer Qualifikation es sehr schwer haben werden. Es wird sich zeigen, wie sich der Arbeitsmarkt noch weiter entwickelt. Aber da darf man keine allzu großen Hoffnungen haben. Wir drücken natürlich die Daumen, dass es künftig auch bergauf geht mit dem Arbeitsmarkt. Wir danken Ihnen Wolfgang Katzmarek, dass Sie bei uns gewesen sind. Bis dann, bis dann! Von der